Eine Immobilie muss sich rechnen. Die sollte Cashflow-positiv sein. Und was heißt Cashflow-positiv? Mieteinnahmen minus Kosten. Und was hier unten überbleibt, sollte ein Plus ergeben. Im schlimmsten Fall ein Minus zum jetzigen Stand, weil über die Mietsteigerungen in den nächsten Jahren ich dann Geld verdiene. Aber doch nicht negativ. Wenn ich dann zehn Immobilien habe, dann wird es ja immer teurer. Ich bin noch nicht angetreten, um der Messias zu sein und Geld zu verschenken. Das wird nicht funktionieren. Deswegen, was sind Vermögenswerte bei deiner Ist-Situation? Der Matthias hat gesagt, so eine Ist-Analyse. Macht mal eine Ist-Analyse, was ihr wirklich an Geld, Vermögen habt und was ihr euch leisten könnt. Weil die meisten sagen, ich habe kein Geld. Das ist die einfachste, billigste Ausrede. Verlasst euch nicht auf euer Gefühl. Geht auf wirklich wichtige Dinge. Und der letzte Punkt ist, bei deiner Ist-Situation ist, Schulden in Immobilien sind gute Schulden. Es sind gute Schulden, weil ich kann sie wieder verkaufen, die Immobilie. Das heißt, ich kaufe vom fremden Geld etwas und ein Mieter bezahlt für mich und die Schulden sind nicht schlecht. Es sind keine Konsumschulden. Ich kann die Immobilie wieder verkaufen und bekomme auch Geld wieder. Und wenn ich clever kaufe, nicht Neuwagen kaufe, aller Immobilien neu, sondern eine Bestandsimmobilie, die ich entwickle, erkläre ich gleich, dann steigt das Vermögen und ich bekomme mehr Geld zurück. Deswegen sind es gute Schulden. Die Strategie. Ich bin ein Freund von Kaufen. Es gibt mehrere Strategieformen bei Fix and Hold. Also Kaufen, Halten und Warten, dass sie steigt oder entwickeln, nenne ich das. Fix and Flip ist ein sehr, sehr gefährliches Hobby. Ich weiß, es gibt auf dem Markt viele, die sagen, Kauf und Verkauf. Dafür müsst ihr schon ein bisschen Erfahrung mehr haben, um das zu machen. Und in so volatilen Zeiten wie jetzt, wo die Preise sehr stark volatil sind, wäre ich vorsichtig. Aktuell keine gute Strategie. Kaufen und Umnutzung, sehr gute Idee aktuell, weil Gewerbeimmobilien gehen zurück in gewissen Lagen. Und die Umnutzung, das heißt, ich kaufe Gewerbeimmobilien. Und wenn ich einen guten Draht zur Stadt habe und weiß, vielleicht ist die Stadt bereit, daraus Wohnraum machen zu lassen, ist das ein sehr profitables Geschäft, weil Gewerbeimmobilien in der Regel billiger, also die Grundstückswerte billiger sind als neue, also Wohngebietspreise. Und dadurch kann ich umnutzen, umrenovieren und Wohnraum schaffen zu besseren Preisen. Ist ein ganz interessantes Thema. Neubau und Projektentwicklung, wenn man es so wie Gabi macht, clever mit Sozialbau und Förderung, Maßnahmen, super Thema, muss aber schon ein bisschen in der weiteren Situation sein, würde ich Anfängern nicht empfehlen. Ich empfehle immer den dritten Punkt, immer zu beachten, Risikolage, Rendite und Kaufpreis. Das ist das magische Dreieck, auf das wir achten sollten. Und jetzt kommen wir mal zum richtig Eingemachten, wie man Immobilien versteht. Je nach, wenn die Lage besser ist, je besser die Lage, was passiert mit meinem Kaufpreis, teurer. Wie teuer sind die Mieten in guten Lagen? Höher. Das heißt, das Spiel zwischen meiner Rendite und Kaufpreis beeinflusst die Lage, aber auch mein Risiko. Ich kaufe nur Immobilien in Top-Lagen, im belgischen Viertel, in Köln. Wenn ich die Immobilie auf dem Markt gebe, muss ich gar nicht, weil es gibt dafür einen Markt, der ist einfach, jeder, der mich kennt, fragt, wenn du da mal was verkaufen willst, sag mir doch bitte Bescheid. Der Preis spielt dann bei vielen Leuten dann keine Rolle, weil die wollen einfach dort eine Immobilie besitzen. Und vor allen Dingen, ich werde es morgen mal zeigen, Altbau, wunderschön, mit einem Manolienbaum davor, super Fassade, Top-Zustand, super Mieter. Wenn ich die inseriere, sechs, siebenhundert. Dunja hat sie letztens eine neue Immobilie, war eine Wohnung frei geworden. Wie viel waren es? 400 Leute innerhalb von ein paar Stunden, die sich da beworben haben auf eine sehr, sehr teure Miete im höheren Bereich. Also wirklich 1.400 oder 1.600 Euro haben wir dann angesetzt. Und das haben sich 400 Leute innerhalb von ein paar Stunden gemeldet. Und der Erste, der reingekommen ist, hat gesagt, ich nehme sie. So geht Vermieten einfach. Risiko, wenn ich die verkaufe, cache ich die sehr schnell zu Geld. Das heißt, auch manche Aktien, so sagen ja die Aktionäre, ja ich kann eine Aktie sehr schnell verkaufen. Klar, so eine Immobilie auch. Also, das heißt, die Immobilien, je besser die Lagen und so weiter. Je schlechter sind die Preise attraktiver, aber die Renditen sind höher. Aber mein Risiko auch. Das heißt, das Spiel, wenn ich starte und wenn ich Immo-Investor bin, muss ich verstehen, welche Risikos möchte ich eingehen. Und das Spiel habe ich am Anfang, bin ich eigentlich immer ein sehr sicheres eingegangen, weil ich verstanden habe, verhandeln, der Preis ist enorm wichtig. Oder ich habe einen guten Zugang zur Bank, dass ich gute Preise bekomme. Weil eine Formel gibt es, die ihr euch merken müsst. Ich nenne sie immer das 20-fache. Das ist mein wichtiger Orientierungspunkt, an dem ich mich immer orientiere und weiß, lohnt sich diese Immobilie oder nicht. Und zwar gehe ich hin, die monatliche Miete. Wir nehmen mal 1.000 Euro im Monat mal zwölf. Das ist mal zwölf Monate ergibt in diesem Fall, ich glaube, 13.200 Euro. Stimmt das, liebe Zuschauer? Müsste, glaube ich, stimmen. Also wenn ich 1.000 Euro monatlich mal zwölf Monate, komme ich auf einen jährlichen Mietpreis von 13.200 Euro. Stimmt, ne? Und jetzt nehme ich die Formel mal 20. Also müsste ich irgendwo bei 264.000 Euro rauskommen. Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche in meiner Mathematik, so ein bisschen kann ich. Das heißt, 1.000 mal 12 sind 12.000. Entschuldigung, danke Regie. Ich war bei 1100 Euro, weil gleich kommt ein Rechenbeispiel. Dankeschön, wären 12.000. Siehste, ich habe mein Rechenbeispiel von gleich einstudiert. 240.000 Euro. Wäre der realistische Kaufpreis. Warum? Das entspricht in etwa 5%. 1% Tilgung. Und wie sind aktuell die Zinsen? Zwischen 3,8 und 4,2%. Das heißt, es ist immer noch in einem interessanten Modus. Ich kriege die Cashflow-negativ oder Cashflow-neutral finanziert, die Wohnung. Das ist sehr, sehr interessant. Und daher wird es ein ganz interessantes Thema. Das ist die Formel, die ihr euch merken müsst. Und jetzt ist eine Sache, eine Variable dabei. Je besser die Gegend, sollte der Faktor 20-fach sein. Je schlechter die Gegend, sollte der Faktor niedriger sein. Also, dann geht es Richtung 17 oder 16. Und wir waren vor vier Jahren teilweise beim 45- bis 50-fachen der Jahresnetto-Kaltmiete. Wie soll sich das denn lohnen, wenn sich die Zinsen verändern? Natürlich überhaupt nicht. Entschuldigung, wenn ihr gerade hinter der Kamera redet, das stört ein bisschen so. Danke. Das ist völlig absurd. Das hat nichts mehr mit Investment zu tun. Das hat nichts mehr mit Investment zu tun. Das ist einfach Geldverbrennung. Und da treiben sich gegenseitig die Menschen die Preise in die Höhe. Ich war mal bei einer Auktion. Da waren zwei Leute, die haben sich gegenseitig, die waren noch gar nicht Eigentümer der Immobilie, die haben sich gegenseitig hochgeschraubt. Die Immobilie war nachher teurer als Neubau. Da hat der eine Mann die Frau angeschrieben, das ist meine Immobilie, der nimmt mir die nicht weg. Und dann sagt die Frau, wir haben sie noch gar nicht gekauft. Egal, die gehört mir. Die haben sich gegenseitig in den Wahnsinn gesteigert. Das passiert, wenn man so einen Jagdinstinkt bei so einer Auktion entwickelt. Deswegen vorsichtig. Also die Lage bestimmt, wie gut ich, wie schnell ich sie vermiete und wie gut ich sie vermiete. Und das andere ist auch wirklich so, dass sie immer wieder verkaufen kann und sie steigt im Wert. Deswegen kaufen Versicherungen und Banken immer in Top-Lagen. Immer in Top-Lagen. Das ist quasi wie eine Louis Vuitton-Aktie oder eine gewiss von sicheren Aktien. Also das müssen wir, diese Rechnung müssen wir verstehen. So verhalten sich nämlich Immobilien. Und wenn mir einer jetzt morgen kommt und bietet mir etwas und ich überschlage das, guckt mir die Lage an und sagt, das ist 25-fach. Lohnt sich's? Nein, richtig. Sagt ihr, passt nicht.